So, ein Frettchen, das mit Teig gefüttert wird. Ansofie, gib mal her. Lass mal runter. Juh. Juh. Komm, komm, komm. Komm her. Schön hier hoch. Die muss eh die Wäsche. Halt das mal fest, ich setz ihn mal richtig hin. Der piegst mir nämlich gerade in die Socke. So, jetzt kann es mir wieder geben. So. So, jetzt. Noum, 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 noum. So. 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 Vielen Dank.